Gerücht, Serkan Javus für Semmelroge im Dschungel. Ist das etwa der Grund für Serkan Javus Netzpause? Der einstige Bachelor-in-Paradise-Kandidat lässt seine Follower normalerweise in den sozialen Medien an seinem Alltag teilhaben. Der Realitista und seine Partnerin Samira Klampfel, 29, waren im Mai Eltern einer gemeinsamen Tochter geworden. Gestern kündigte er an, sich erst mal nicht mehr bei seiner Community zu melden. Dem Grund dafür verriet er allerdings nicht. Nun wird vermutet, dass Serkan, 29, als Ersatzkandidat in das Dschungelkamp reist. Promi wird berichtet, dass der Schauspieler Martin Semmelroge, 67, aufgrund von Vorstrafen angeblich nicht nach Australien einreisen dürfe. Doch nach einem Doppelausfall im letzten Jahr habe der Sender wohl vorgesorgt und den Nachrückerkandidaten Serkan bereits in das Flugzeug gesetzt. Dieser war im vergangenen Jahr bereits als Begleitung für Filip Pavlovich, 28, dabei gewesen. Auch Melody Hase, 28, ist als Ersatzkandidatin für Ich bin ein Star, holt mich hier raus, bereits bekannt. Vergangenen Monat hatte RTL mit einem falschen Einspieler versehentlich verraten, dass die ehemalige DSDS-Kandidatin gebucht ist. Die 27-Jährige soll sich ebenfalls bereits auf dem Weg nach Down Under befinden.